Herzlich willkommen zur 37. Folge. All the mods mit dem Felix. Guten Tag. So, ich versuche diese komische Kamera abzubauen. Ich habe vergessen, wie sie hieß. Achso, da steht es ja noch. Dis-Solution-Chamber. Dafür viel Plastik. Einfach Plastik brauchst du? Ja. Das ist die falsche Ecke der Basis. Woher kommt man denn Plastik, ist die große Frage. Ja, aus den Silikonen-Dinger-Geräten da. Aber die haben wir doch nicht abgerissen und haben noch nicht wieder aufgebaut. Also auch super warm. Mhm. Aber ich brauche, nein, nicht die, das Plastik, genau. Ah, da bin ich ja frei. Das Plastik brauche ich ja nicht aus Julia Meta, sondern... Achso, doch, aus Driver Bar. Und davon habe ich sogar noch zwei Stück. Ui. Aber dann muss das trotzdem wieder neu gemacht werden. Yay! Dissolution-Kammer-Gedöns-Gerät, Teil-Dinger. Jetzt brauche ich so'n... So'n Drill hier. Und Pinkstein. Einebruck-Gedyn-Gedyn-Gedyn. haben wir eine pink slime insel, hast du pink slime setzdinger? ich habe sowas glaube ich nicht aber ich brauche pink slime, wo kriegen wir sowas her? gute frage im besten fall halt von so einer insel vermutlich von so einer schleim insel aber die frage ist ob da pink slime drauf ist so 1 2 3 so dann brauche ich eine diamantschaufel wenn du jetzt noch sagen kannst dass ich gerade in dem system hier suche dann bin ich schon einen schritt weiter ach stimmt die sucht das ja man schaut in die mitte drei gold gears kommen hier unten hin dann brauche ich noch so ein addon range gear 12 also alles aus der maschine raus emuels und redstone dust eh kein emuels da cool dass du schon emuels ist dann sub da hast du Glück gehabt sonst hätte ich dich töten müssen ich glaube nicht dass ich solche essenzen droppe aber gut echt nicht? nicht dass ich wüsste so na gut jetzt war ich mal redstone da und da und jetzt irgend so ein komisches glas kalt, queer, clear, orange, stained, glass pane das ist einfach nur glass pane clear, green, fair, that brown, theirs, green, cymbals, framed glass pane lots, window pane, purple, yeah cool ganz viele super dirty gone, framed glass pane klingt doch wundervoll oder nicht ich versuche es einfach mal mit einem mit einem glas pin wird schon funktionieren nein funktioniert nicht weil ich latex brauche war das nicht latex processing unit war das gut extraktor war das in kapsulations gerät teil dinger ich glaube das war die latex processing unit okay fluid empty fluid empty an der latex processing unit war die macht da aus dem zeug das war es der fuld extraktor das war der fuld extraktor vor und zurück und wieder zurück und vor und zurück und vor ich mache das mal eben da machst du es dann nicht mal eben das natürlich jetzt tragisch und schade und so tut mir natürlich auch sehr leid wird noch ein bisschen größer aufwand kabel nicht starterkabel sondern energy kabel normalen wenn du kraft musst du bescheid sagen muss ich nicht kabel und holz lok gerät lox 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 ja er macht latex so jetzt brauche ich eine ist solution links gerät chamber irgendwas teilen nochmal also so so glas pens nach dahin ein bisschen energie das hat die kabel weggeworfen das geil ist natürlich auch man sieht hier auch unten absolut gar nichts weil die öfen einfach hier mitten alles hatten wir schon so eine fluid car mit diesem dazugehörigen range teil mehr oder weniger wie heißt das ding somit unter dem mod gucken ich weiß es nicht mehr hast du wahrscheinlich irgendwo hier auch ein system geschmissen ja es gibt keine menschen system kabel french wir haben keine range im system die heißt sogar range im namen wird sich verarschen dann warten wir jetzt mal auf 1000 latex gibt schlimmeres so und der drill braucht dann 3000 pink slime haben wir irgendwo eine pink slime island das ist die große frage die ich dir leider auch nicht beantworten kann erstmal ohne es nachgeguckt zu haben dann doch mal nach links dann ja wie stellt man es her hallo lalalala lalalala pink achso und jetzt ist mein musikgenerator ich will doch nur wissen wie man das zeug herstellt offensichtlich gar nicht offensichtlich gar nicht ja aus einer mobflotter factory toll ein pink slime macht man aus pink slime und glas toll ja ein pink slime macht man aus pink slime und glas toll ja 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 das gleiche habe ich auch gesehen also wenn ich das richtig sehe kommt der pinke schein nur aus einer mob slaughter factory aus kann dieses durchaus möglich sein jein das heißt dass du es nur aus monstern raus bekommst glaube ich ja also nur aus dem liegen herrscher war mal okay damit ist ein drill auch nicht so einfach zu bekommen ja wo ist es nur hin ich bin zu der insel geflogen die du hier hattest anscheinend ich wollte auch mal auf eine andere insel gucken als auf die auf der du drauf warst aber anscheinend habe ich genau die erwischt die du hattest die gleich neben dem haus ist mhm earthy slimey earth slime geistime 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 okay auf diesen inseln gibt es nur diesen grünen und diesen türkisen und wir haben riesen berg in der flugbahn zu unserer basis ja das musste ich leider auch schon und wir haben glaube ich zwei villager dörfer oder so im weg ey ich habe einen mannrill baum in der wildnis mal gefunden den habe ich da gepflanzt damit du ein Erfolgserlebnis hast ach so danke sehr sympathisch von dir ich bin immer noch am absinken ich habe es bald geschafft ich bin bald auf dem boden wieder sachen geschafft warte 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 hatte ich hier nicht irgendwie sonst ein tank gebaut gehabt war mir grad nicht so basic fluid tank fluid tank das ist nicht mehr das ist nicht mehr das ist nicht mehr ja so ist das das ist daraus danke leicht gemacht von wem von dem Motplägen also Es tut mir leid, dass es gerade zu laut war, die Zuschauer, aber das musste man ja, wenn es gut sein. Not covering with tanks. Maaan ey, jetzt muss ich da noch eine Flurglanne dazwischen sitzen. So kommt das Zeug da raus, vielen Dank, dass du jetzt Wasser machst. Meine Güte ey. 460 Latex, ich glaube ich brauche noch mehr Latex pro Z. Ne, also Fluid. Fluid. Achso. Ja, das sehen wir was nicht an. Fluid Extractor. Ich bin nicht erst dran vor. Ich bin nicht erst dran vor. Die brauchen ja auch noch Strom. Die brauchen ja keinen Strom. These don't. Yoosetsch500E. Yoosetsch500E, aber der macht trotzdem was. Ok. Da ist die Hebsche, habe ich da schon drin. Ja, Felix ist noch da, Felix arbeitet gerade ganz schwer, so wie immer. Ok, dann brauche ich mal bitte das Hemd. Das Hemdzeug ist alles schon wieder drüber im System, weil der drücke landet eigentlich. Ok. Wie viel? Irgendwas, glaube ich. Ich habe aber den Großteil schon Sachen umgecraftet, also zu Strings. Ok. Gring. 47 Stück. Ich brauche dann nochmal so um die 3000 Hemd. Ok. Ich glaube, ich sollte lieber mal ganz unterstellt, brauchst du nicht, deswegen ist es nicht der Zweite. Ne, das einzige Problem bei dem scheiß Hemdzeug ist, dass ich dafür einen Harvester brauche, der eigentlich einen Block höher steht. Weil das Hemdzeug halt eine Ebene höher ist. Deshalb erntet das auch nicht automatisch, deshalb musst du da erpernten, da man eben steht, das ernten. Da unten wo ist das Problem? Dass ich keinen Bock habe, daneben zu stehen und das Hemd zu ernten. Echt jetzt? Klar, das war doch zu erwarten, oder nicht? Jetzt legt er die ganzen anderen Felder lahm, dass er sein Hemd bekommt, oder wie? Natürlich. Gehst du einmal kurz schlafen? Natürlich. Wenn du schon mal an der Ecke da stehst, du fasst. Äh, tut mir leid, ich kann nicht laufen. Weil noch nicht spät genug. Jetzt kann ich pennen. Wie kann es eigentlich sein, dass jedes Mal, wenn ich an dieses System rangehe, immer alles leer ist? Was ist denn leer? Zeug, Ressourcen. Quarz und Emeralds zum Beispiel. Das weiß ich auch nicht. Auch wenn das nicht eine Höhe steht, ernten das nicht ab. Okay. Das ist wundervoll. Dann kannst du den auf hier heruntersetzen. Und beharrt alles ernten. Aua. Auch wenn ich den da heruntersetze, erntet er nicht mehr. Hast du den auf Always Active gestellt? Always On, ja. Ab. 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 extrem gierig okay sympathisch Oh, Latex Mach! Mach ich doch schon Ich liebe das, du läufst da einfach lang und klicke, kannst du irgendwie die Sachen fallen lassen und es einfach weg Das brauch ich, das brauch ich, das brauch ich Aua, das war nicht der Plan Aber wir sind am Ende der Folge angekommen Okay, tschüss Tschüss